Ich muss nicht zurückhalten! Ich glaube, wir müssen hier Horten schlachten. Ich schätze mal. Das heißt, um weiterzukommen, immer mehr umklatschen oder zumindest so viel wie es geht. Also immer Wellenweise kommen wieder. Deswegen stand da auch eben, also in der vorigen Folge am Ende, wer das sehen möchte, muss ich die auch gerne angucken. Stand auch mehr Spieler oder Einzelspieler. Und ja. Bam 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 bam. Klatsch. Oh, Level up, Level up! Kann ich jetzt mal eingucken? Ohne Angegröße. Ich werde sogar noch nicht mehr Angegrößen, wenn ich das tue. Das ist sehr schön. So. Ah, wir schauen mal hier. Okay, erstmal. Ich möchte das nicht. Und warum bin ich jetzt hier? Ich will nichts kaufen. Das ist doch der Shop hier. Ja. Dass ich immer auf den blöden Shop lande. Finde ich echt ein bisschen mies, aber gut. Können wir da jetzt was reinmachen? Nein. Da fehlt uns das Level 10. Leider noch. Aber 30 Edelsteine, aber die will ich mir noch aufsparen, falls wir sie mal wirklich brauchen sollten. Wir haben drei Fertigkeitspunkte. Okay. Okay. Hier haben wir auch schon zwei drin. Können wir da jetzt das freischalten? Natürlich nicht. Und unten wahrscheinlich ebenso. So. Ja. Gut. Dann kloppe ich echt einfach mal auf den hier einen drauf. Okay. Dann machen wir ein Plus. Fertigkeit. Und schließen. Und weiter geht's. Im Kontext. Da war's die erste Welle. Scheint so. Okay. Klatschen. Um. Na komm. So. Noch einer. Oh. Magier. Das war so. Oh. Mies. Mies. Ah. War der Knopf. Scheiss. Magier. Ey. Geh doch mal weg. Ah. Bang. Zack. Ah. Die halten schon mehr aus. Hatte ich das. Hatte ich das. Gefühl. Ah. Magier. Aber ein Schlag sind die auch weg. Ich schätze mal umso weiter wir kommen umso schwieriger wird es. Oh. Nimm das. Oh. Oh. Hier liegt was was ich nicht mehr. Hier liegt was was ich nicht mehr. Du bist voll. Will nicht voll sein. Krieg dich. Oh. Welle. Welle. Kann ich kurz hier drauf gehen. Ich will das nämlich nicht aufnehmen gerne. Können wir da nicht irgendwie so ein beschissenes Schwert wegschmeißen für. Ja komm. Äh. Kann ich das denn. Kann ich das nicht auch fallen lassen. Nehmt verkaufen. Ja. Und das auch gleich. Kann ich das nicht auch fallen lassen. Was haben wir denn hier. Der ist nicht besser. Und da könnten wir mal das Amulett entfernen. Okay. Die lassen wir mal noch. Haineballoa lohnt. Ohhh! Aber das schlechter wie man zu. Na gut das schauen wir uns später an20 later. Das ist auch schlechter zu kaufen gar. others auch schlechter was真的是 gekauft. Was das war. So. ėj. Jetzt können wir die Hunde auch aufnehmen. Jetzt kann ich sie klatsch. Alle, Mann, weg hier. Jetzt schon wieder voll. Ich sehe mich echt ein bisschen Schaden schon. Alter Schwede. Hammerhardy hier, ey. So, ich kann das nicht aufnehmen, ich kann das nicht aufnehmen. Oh, ich habe schon wieder diesen blöden Knopf gedrückt. Entschuldigung, Saul, Leute. Schnell da wieder drauf. Geklappt. Okay. Na, los, komm. Ah, ja, ich wollte ja gucken. Ich muss gucken, weil ich einfach überladen bin. Was soll ich denn damit? Verkaufen. Ja. Die hier ist auch schlechter, glaube ich. Moment, verkaufen. Die hier. Was ist schon? Also, ich glaube, der ist sogar besser. Und da haben wir uns auch das Amulett auch mit drauf ausrüsten. Amulett entfernen. Ah, so macht man das alles hier. So. Zum Widerhilfe weg. Ja, gut. Die haben natürlich übelst Bonis drauf und der nicht. Ich kann das verbessern. Na, verbessern wir das mal. Gut. Das dauert jetzt alles. Ich hab nur einen Platz frei. Wie mies ist das denn? Was ist denn mit der hier? Das ist jetzt der Mist, ne? Ich will irgendwie nichts loswerden, aber auch nicht... Was ist das denn hier? Kann ich nur... Ich wusste noch, dass man irgendwo... ...die Taschearbeitern kommt, aber ich weiß nicht mehr wo. Das ist ja mies. Was ist die denn schlechter wie die hier? Ich kann mal gesundheit. Ich bin nicht so in der blauen... ...ne, das blau macht. Energy. Ja. Was macht das für nicht das Verbessere? Okay. Hier gibt es 280 hoch. Ich weiß für uns nicht, ich verkauf die hier. Äh, einen Moment verkaufen. Und damit... So, ich hoffe... ...die können jetzt auch weiter... ...sammeln, ja. Das nehmen wir auch noch. Und das gucken wir uns natürlich auch gleich wieder an. Ah, so... Ich glaube, das waren die hier. Oh, die sind besser, wesentlich sogar. Ja, die nehmen wir. Was hat er uns noch? Ich glaube, der hier war das. Frostpanzer. Kein Mensch. So, und ich würde gerne noch... ...dass sie verbessern. So. Gut. Dann würde ich sagen... Äh, ein bisschen machen wir noch. Und dann ist das gleich schon wieder Folgenende. Okay. Okay. Was war das jetzt? Ah. Weg mit dir. So. Und jetzt du. Klatsch, klatsch. Wie er sie hier nur so wegnatzt. So. Da sind noch Magier. Oh. Welche Richtung? Krass. Verreck. So. Nächste Welle. Ah. Zack. Stöhnt ihr nur. Ich krieg euch sowieso alle. Einen nach den anderen. Oh. 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 Ich muss nicht mehr laufen. Er friert mich ein. Geht nicht mehr. Du mieser. Blöder. Du auch. Oh. 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 Das. Wir hauen sie nur so weg. Einen nach den anderen Aua Der war schon ein bisschen kräftiger Und das Klatsch, klatsch Ah, kommt schon Schon wieder was, was ich nicht aufnehmen kann Inventar voll Ist das auch was hier? Ja, Inventar voll Aha, ich drück schon wieder den Startknopf Nein Mann Das muss ich mir sowas von abgewöhnen, Leute Sorry Aber wir haben auch schon eine kleine Überlänge Ja gut, dann werde ich mich jetzt erstmal hier verabschieden Und ja Bis zum nächsten Mal Bye, bye